Unglaub, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Er ist nicht in der Bunkeranlage. ZDF, 2020 Er ist nicht in der Bunkeranlage. ZDF, 2020 Er ist nicht in der Bunkeranlage. Er ist nicht in der Bunkeranlage.